Das Thema Transfer ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Übrigens auch bezogen auf die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und da scheint mir noch einiges zu tun zu sein. Als jemand, der aus der Wirtschaft kommt, sage ich, mir ist schlicht und einfach zu wenig Forschung, die dann auch in Innovation endet. Da tragen beide Seiten dafür Verantwortung. Nur die Forschung selbst kann sich aus ihrer Teilverantwortung da auch nicht rausstellen. Ich habe mir sehr viele Prozesse von Ausgründungen in Forschungszentren angeguckt. Das ist oft eher was Marginales an der Seite, eher an der Peripherie der Arbeit und das Transfer in die Kunst, in die Zivilgesellschaft. In die Politik, aber auch in die Wirtschaft hinein stattfindet. Und für mich ist soziale Innovation so wichtig wie technologische Innovation. Beziehungsweise, man müsste es fast noch härter sagen, das sind fast Zwillinge. Sie können voneinander unabhängig gar nicht existieren.